Hallo, ich freue mich sehr, jetzt mein neues Buch hier in Händen zu halten, Die Macht der kommunikativen Intelligenz nutzen. Ich habe ein Buch über intelligente Kommunikation geschrieben, welches dabei hilft, Verhandlungen, Überzeugungsgespräche, aber auch Präsentationen erfolgreicher zu gestalten. Für dieses Buch habe ich zahlreiche Prominente aus Wirtschaft, Politik, Kultur und Gesellschaft interviewt. Mein besonderer Dank gilt hier Professor Rürup, dem Präsidenten vom Handelsberat Research Institute, Dr. Sandra Maria Gronewold vom ZDF und Tristan Ribke, Executive Director von TEDx. Ich habe auch einen besonderen Dank an Tim Niederneute auszusprechen, der so nett war, mir zahlreiche Tipps zu geben, aus seiner Rolle als Moderator und Speaker heraus und zudem hat er das Vorwort des Buches verfasst. Ich hoffe, das Buch hilft euch dabei, Kommunikation im Allgemeinen oder im Speziellen, wenn es um Präsentationen, Überzeugungsgespräche und Verhandlungen geht, erfolgreicher zu gestalten. Und ich freue mich über euer Feedback. Alles Gute und bis dann! Alles Gute und bis dann!